Tag Jetzt Zu einer weiteren Runde von Contra Ne, komm Wir haben jetzt Contra 0.9 Final Es ist der neue Patch rausgekommen, der Patch 2 Vor, ähm, schmeiß mich tot Vor 2-3 Tagen oder so Der Matze kam gerade eben schon in Discord-Chat und hat erstmal ganz viel So seine Ähm, seine Beichte abgelegt Dass es viel Gepatcht wurde, viel genervt wurde Und so weiter, was nicht so pralle ist, keine Ahnung Ich würde erstmal selber ein neues Bild davon machen Um zu gucken, wie es jetzt, wie sich das Spiel Jetzt hier so anfühlt, die ganze Modifikation Und so weiter, und deswegen habe ich Gerade eben schon mal ein Spiel gemacht, weil ich mich nicht ganz so Sehr blamieren wollte, weil ich das Spiel seit 2-3 Monaten, vielleicht sogar Noch länger nicht mehr gespielt habe, nicht mehr angerührt habe Wir sehen auf jeden Fall Ein neues Menü, wir hören Blum Blum, wir hören ja auch so neue Soundeffekte, die hier neu hinzugefügt worden sind Und ich würde mal erstmal ganz kurz Nochmal diese Map hier bevorzugen, weil ich nicht weiß, warum ich Diese Map jetzt nochmal spielen will, weil ich die gerade eben schon gespielt habe Und ich einfach super total lange, geile Langeweile Haben wir, keine Ahnung Bin sogar aus dem Bett gefallen Boah Deswegen erstmal wieder irgendwie wach werden Und scheiß Geschmack im Mund Und Kabel wedelt hier rum Ich habe gerade mit dem Laser probiert Und ja, Laser hat ja irgendwie so gut wie gar nichts Neues irgendwie Also neu darf man sich ja sowieso jetzt nicht drauf gefasst machen Das ist halt nur ein Patch Da gibt es halt nur so ein paar neue Änderungen GLA wurde richtig viel verändert So ein bisschen Ich würde mal so behaupten Machen wir erstmal Stealth Und ich würde dann mal einfach behaupten Ja komm, spiel schon Oh Gott Und jetzt auch noch mit Mit GLA spielen Hat der eine neue Stimme bekommen? Egal, das ist die neue Das kann ich über mich sagen Hat der eine neue Stimme bekommen? Ich werde das Spiel jetzt mal noch ein bisschen zu laut Obwohl die Mucke von GLA kannst du ruhig schön laut lassen Ähm Ja Hier ist irgendwas Neues dazu gekommen Das kenne ich noch nicht Temporary Blackout Das heißt, wir bestechen kurz mal die Inner City Und sagen ja, hier mach mal Mach kurz mal einen Kurzschluss beim Kraftwerk von Feind Ich kann das Spiel nicht mehr Was ist das? Was ist nochmal hier, da? Hotkeys und so weiter Äh? Die haben auch eine neue Stimme Alles hat hier eine neue Stimme auf dieser Welt Ist das nicht cool? Ist das nicht knorki? Ich habe keine Arbeiter mehr Das liegt daran, dass ich hier auch mal dring welche bräuchte Da muss ich hier Arbeiter bauen Ich bin ja hier ein armes Land Arme Länder Trump, gib mal Geld Er kann meine Gebäude tarnen Ich könnte es dir auch wirklich machen Ich starte mit 50.000 Mit professionellen 50.000 Man hört irgendwie die Hotkeys gar nicht mehr so richtig Also wenn ich hier irgendwie so ein Upgrade mache Hat das damals nicht mal so ein Kling gemacht? Können die sich bereits tarnen? Ich habe es vergessen Sind die bereits unsichtbar? Ne Dazu brauche ich einen Schwarzmarkt, glaube ich, ne? Können wir ganz kurz mehr mal einen Schwarzmarkt gönnen, Alter? Ich muss ein paar, äh, Geschäfte machen Eigentlich regelt YouTube Money, aber Was? Was? Was ist das denn hier alles? Äh, Gunboggies, klar Airbus Launcher, ja Was ist das hier? Lust zu trainen Infantry und Combat Cycles Ach, die muss man erstmal upgraden Damit man Biker bauen kann Oh, lol Das kostet 1000 Ja, gut, ne? Ich meine, die Biker weinen auch übelst stark Damit konntest du ja übelst Mit den RPG-Bikern So fett Schaden austeilen Dass du Sofort schon die Nachschublager von irgendwelchen Leuten zerstören konntest Mortar, Buggy, Spam Meine Lieblingseinheit So, lass mich raten So, Tarnung war Schwarzmarkt, ne? Kratz, kratz, kratz Lass mal gucken Was haben wir denn hier so schönes? Voll das komische Video ist es Ich wusste selber nicht mal Gerade eben lag ich noch so im Bett, weißt du Und dann dachtest du dir so Ja gut, so eine neue Version rausgekommen Mats ist spammt im Discord-Channel so richtig hart rum Hier, da, Patch 2, voll scheiße Das da ist kacke und das ist gut Hat mich der Penner nur noch irgendwie so auf die Idee gebracht Hier nochmal Äh Mal eine Runde Kontra zu zocken Warte mal, Gunpackies kann ich Wieso braucht das ein Upgrade? Higher Rank oder Upgrade? Schön, dass da steht, was für ein Upgrade ich brauche Aber Cycle, Motorräder, das hier ist doch Der Gunbuggy ist doch kein Motorrad Rang oder Upgrade Rang oder Upgrade Das heißt, ich kann mich für eins entscheiden, oder was? Lass mich in Ruhe, ich muss mich hier konzentrieren Achso Ja, den vergesse ich immer wieder Gott, voll mit der neuen Tastatur hier Drücke ich auch mal auf falsche Knüppel So, warte mal Das Upgrade habe ich jetzt, ne? Verpiss dich Finde schön, dass der Truck nicht in so einer Flamme explodiert Weil sonst würde sich das jetzt entzünden Schrecklich entzünden, wenn wir jetzt immer erstmal zu Ratio fahren Ey, ich brauche das Upgrade immer noch Was auch immer das für ein Upgrade ist Ich habe jetzt dieses Cycle-Ding gemacht Jetzt kann ich die hier bauen, okay Ich brauche irgendein Upgrade oder ich weiß nicht welches Wahrscheinlich ist das so ein Palast zu finden Die haben eine neue Stimme hier Die haben auch eine neue Stimme bekommen hier Die haben jetzt die Stimme Die ja früher hatten sie immer die Stimme vom Raketen-Boogie Jetzt haben sie auch eine komplette neue bekommen Habe ich hier ernsthaften Dings vergessen? Hatte der gerade einen Stern gehabt? Nein Nein, 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 nein Ja, der gehörte zum Feind Loi, was für ein Move, Alter Ich werde von einem Soldatenplatt gemacht, Alter Jetzt ist es vorbei Ja, gut, das können wir nochmal machen Hier, ein bisschen Geld heranschaffen Die neue YouTube-Gamer-Pillen verkaufen Da läuft das Geld schon ganz alleine So, warte mal, die sind getarnt? Warte mal, ja stimmt, die sind ja jetzt auch getarnt hier Ich muss meinem explosiven Ruf vom TNT-General irgendwie noch Ein bisschen treu bleiben Da muss ich unbedingt irgendwelche TNT-Sachen spammen Warte mal, ich habe gelesen Die haben jetzt hier kein TNT-Lkw mehr, ne? Pluggun, Metal 2 Gunbuggy, ne Der Gunbuggy wurde entfernt Weil der im Early-Game auch zu OP war, ne? Weil man mit dem so krass rushen konnte Diese sind in der Area für 15 Sekunden Bei Crippling Power Supply Die Assassins kann man immer noch nicht bauen, ne? Ne, schade Easy We have a network Ja, ich habe auch ein Netzwerk Nennt sich VPN Warte mal Äh, auf die Taste Na gut, der TNT-General hat ja immer noch die Gruppenfeuer Der Luftwaffengeneral hat sich ein bisschen verändert Ziemlich verändert sogar Ziemlich krass verändert Die Raketen sind jetzt, glaube ich, nicht mehr zielsuchend Wenn ich das richtig gesehen habe, oder? Achtung, hier sind Schlagsteine Und eben eine Straße voraus Boah, kannst du machen Lalalalalala Nein Du, verdammter Achso, wegen dem Scheiß Äh, Heuchposten Junge, lass deinen Heuchposten stecken Du bist voll langweilig, wenn du ihn benutzt Boink Ich finde immer schön, wie die Bäume so wegfliegen Boink, boink Boink, boink Boink, boink Und du hast die Rente nicht bezahlt Junge, geh mir nicht auf die Nüsse mit deinem Können die genauer zielen? Boah, Alter, mit der Tastatur erst mal klar zu kommen Nein Alter, ich will E drücken Es geht nicht so ganz So, jetzt haben wir eigentlich mal ein bisschen gemetzelt hier Oh ja, die Einheitensteuerung, ne? Oh ja, die Einheitensteuerung, ne? Gute Idee Infernal Tschüss, ciao, tschüss, wiedersehen Ich will mir auf den Sack hier mit einem kleinen Kacksoldaten da Ja gut, easy, äh, EZ-Rang 3 und so Ähm, ja, dem, 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 Palast Äh, jetzt muss ich Ja Apropos hier Radar und Heuchposten und so weiter Die Bots sind ja in dem Falle ziemlich schlau, ne? Die greifen dann immer eine Menge mit Anti-Stealth-Scheiß an und so weiter Eine Menge Radare benutzen sie, Jungs Finde ich ganz süß und so Nein Warten kurz, ich will die Erfahrung haben Die Tarnung bringt im Endeffekt sowieso nichts, weil die Bots sowieso immer wissen, wo ich meine Gebäude hab Äh, was hab ich denn jetzt in so einem Palast? Benötigt das? Jetzt kann ich einen Gun Buggy bauen, okay Ja gut, der bringt Jetzt, äh, ja doch Obwohl, die ganzen Soldaten abzuknallen Anti-Radar-Missile-Launch, okay, der hat den komischen Namen nicht mehr Die haben immer noch die Stimme vom Raketen-Buggy, das ist schön Ich brauch den Anti-Radar-Missile Hört mal auf zu schießen Oh, das tut sehr weh mit den Raketenwerfern, das tut sehr weh Tja Was sie nicht sehen, können sie auch nicht angreifen, General Außer ich mach das hier Keine Warnung, keine Gnade Und wieder ein gefangener Held Ja, geil, Heinz Ketchup Noch können sie ihr Leben retten, General Die zwei nicht mehr Die zwei haben die Generals-Herausordnung Ach man, ne, guck sie einmal nicht hin, die scheiß Arte, die wir alles weggepombt Den nehmen wir kurz mal mit den Jungen Wie viele Bots greifen mich hier eigentlich an? Wieso, ähm, waren die nicht mal früher getarnt, wenn sie stehen bleiben? Warte mal, was? Achso, das war ein Truppentransporter oder was? Das liegt daran, dass es Truppentransporter sind, deswegen können sie... Warte mal, ne Doch, die bekommen die... Achso, das können die am Anfang auch gar nicht Die muss sich erstmal upgraden für den Scheiß Ihr denkt auch, dass es offene Tür, äh, tagt offene Tür oder was? Ja gut, Kolosses machen sie auch So, kann ich jetzt erstmal ganz kurz, äh, hier wieder alles aufbauen? Wie hat er mich überhaupt gesehen? Junge Achso, achso, ja, können sie ja nicht, hab ich vergessen So, stehen jetzt hier noch mehr Scheißpanzer vor meiner verdammten Tür Ja, tun sie tatsächlich Stehen jetzt hier noch beschützende Huchensöhne vor meiner... Langsam wird's lächerlich Ich seh schon, ich muss, glaub ich, mehr... Das war ja, äh, Englische Kann ich jetzt hier eine Motherfucking-Abwehr bauen? Ah, jetzt können sie darauf schießen, alles klar Alles klar, das hört sich da schon gleich viel besser an Ähm... Das... 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 Genes... Das da... Dieses... Äh, das Tunnelsystem hat er nicht Da müsste ich eigentlich kurz mal... Das hat er gar nicht mehr? Wollen wir mal die Wichse da wegmachen? Apropos Wichse, ich glaube, da kommt gleich ein Feuersturm Ah ne, das ist ja... Achso, das ist von ihm der Dings gewesen, alles klar Ja, ich brauche mehr Details Da kriegen wir alles noch hin, ey Solange ich ja hier im Vordergrund stehe und ich den ganzen Müll abkriege, ist das ja alles in Ordnung Da steht eine Patriot, das ist alles in Ordnung So, wird Zeit hier ein bisschen Zu übertreiben, anders geht's ja hier nicht Gut, dass ich Assassinen habe, die sind ganz gut eigentlich Vor allem braucht ihr, dass das scheiß, ähm, Dings mitmacht Der Scrambler wurde vergrößert Er hat jetzt eine größere Reichweite Zwischen die EMP, äh, zwischen den Minen zum Abwerfen und... Ihr müsst dann langsam auch mal ein bisschen was reparieren hier, Mensch Schnapp dir ein Snickers Ich weiß jetzt aber immer noch nicht, was ich für einen Upgrade nicht gemacht habe, damit ich die jetzt bauen konnte Ah, die kann ich jetzt spammen Ja, geil Das ist nicht mehr das Ding, was ich über die ganze Map schießen kann, sondern das ist jetzt eine ganz normale, reguläre Einheit Eine neue, verbesserte Artillerie Das ist ein bisschen ekelhaft Ah, ich bin da auch schon Rank 5 Loll Ja, gegen Bots bringt die Tarnung nicht so viel Vor allem, dass ich auch diesen supergeilen Scrambler habe Was kann der eigentlich? Gar nichts Was hat der überhaupt? Ich schätze mal, der hat einfach hohe Explosiven Stuff, wa? Boah, alter, voll der geil Aufprall Das ist nur eine scheiß Neutronenbombe Ne, fick dich, alter Den ganzen Rotz jetzt einzunehmen, habe ich keinen Bock drauf Ähm, Jamming ist ganz geil Ja, hier, komm Hinterlassen die eigentlich Trümmer für mich? Das hat natürlich in dem Moment geleckt, wo ich die Schusslangtaste benutzt habe, ne? Oh Junge, es reicht mit deinem Scheiß, mit deiner Wichse hier Oh, die hinterlassen sogar Trümmer für mich Nice Ihr seid zum Ehren gestorben Damit ich die jetzt alle drei stehe Lol Ach schade, die können nicht befördert werden Du kannst halt nur upgraden Das war ja schon beim Originalstunde Null damals so Das erhöht ihre Reichweite Ziemlich krass Ihre Reichweite Wird dadurch erhöht Ja Ihre Reichweite wird dadurch erhöht Eigentlich nicht wirklich, ne? Können die einen Tunnel rein? Ich glaube nicht, ne? Nein, können sie nicht Die hat mein Dings eingenommen Ich brauche meinen Hasael Ah, schade Ich hab mir die Rage ein bisschen höher vorgestellt Aber irgendwie Wo sind schon wieder meine ganzen Knechte hin eigentlich? Ich hab immer keinen Bock, die mir alle immer wieder zu Müsse ich echt schon nummerieren Und ein Walkie Talkie geben oder sowas Ne, mal weg Äh, die Rattles, ne? Die waren damals ein bisschen OP Mal gucken Also was heißt damals Zuerst waren sie OP Dann wurden sie wieder genervt Und jetzt Wie ist jetzt der Stand der Dinge? Ich weiß es nicht Ich hab mal Bock Ich hab mal Bock Overlord zu fahren Cool Warte mal Ich hab Bock Overlord zu fahren Ich bräuchte eigentlich mal den hier Oh, oh Au, au Der wurde irgendwie sofort gesniped, weißt du? Geil Ich wollte schon immer mal chinesischen Stuff haben Kann ich vielleicht auf den Schwarzmarkt verökern Krieg auch ein bisschen Kohle Man merkt sofort einen riesen Unterschied Als ich Dings war Dich brauche ich mal ganz kurz Vor einer Action Oh, warte mal Den Scheiß kann ich auch tarnen, ey Ja, Glückwunsch Äh, der konnte keine Kisten benutzen Glaube ich, ne? Ich kann's nochmal austesten Ciao Kann ich den aufmotzen? Weißt du, wir haben einen Stern gegen, irgendwie Nee, der gibt nur Kohle, okay Konnte man den überhaupt befördern? Ich weiß es gar nicht mehr Äh, die sind Das ist ganz gut Ich bräuchte Flackern rum Na, solange der steht Ist alles easy going Ich hab echt kaum noch Biker, lol Satellitik Bombing, Nukleermissile Das ist alles super Das ist alles easy Klick, klick Ja gut, und der hätte eh seine ballistische Panzerung Das heißt, er kann mir die ganzen Schafsflugzeuge einmal kurz Äh, ne? Ich kann's mal ein paar Flack-Kanonen überall rumspammen lassen Ich hab ja noch Dender Hab ich noch Dender Will ich auch langsam angreifen Ich will, dass der Kampf jetzt nicht so lange geht Dass ich jetzt irgendwie 500 Jahre dran hänge Ich find, der Roter macht hier seinen Job ganz gut Was, wer ist das überhaupt? Das ist der Cyber-Könner-Reis, Cybernetik Kommt nicht so wirklich in Wallung Aber ja, warte mal Ich muss ja noch, ähm Radarwagen-Spam, damit ich was sehe Achso, der hat sich noch aufgeklappt Ja, komm Du kannst nur den Smokescreen machen Ja, man kann's nicht aufhören Ja, äh, abhalten Geil Jetzt macht's wieder Pling Und das ist alles weg Na, geht Also, dieser scheiß Hotkey von dem Typen Ach, äh, very Oh, ich dachte, Rebel heißt der Nein Jetzt schon wieder mal Dings Äh Ich hab null Punkte Der ist auch Boah, Alter Scheiß Explosion hat zum Glück gar nicht Großes Ey, hier, komm Arbeiter, los, rein da Ihr werdet befördert Ihr könnt jetzt Panzer fahren Du, ist da rein Da rein Ja, wie gesagt Wenn ich jetzt genügend Flakanonen hätte Dann wäre das Flugzeug nicht angekommen Zum Beispiel, was da jetzt schon wieder kommt Eine Neutronenbombe wäre wahrscheinlich durchgekommen, ne? So Deploy, deploy, deploy Das kennen wir alles von T-Brand Sun Das kennen wir einmal ganz gut Mach, dass du läufst Oder was auch mal die sagen Im Deutschen Meine innovative Tiefgründige Artillerie Von Nod Nur ein bisschen anders So, jetzt glaube ich Kommt da nichts mehr durch Kann man die upgraden? Nö, irgendwie nicht Oh mein Gott Wenn wir jetzt gucken Wie stark sind die jetzt Damals gab es auch mal so einen kleinen Bug Dass man die nicht so wirklich tarnen konnte Mit dem Scrambler Weil die waren ja zum Teil auch schon getarnt Und dann waren sie es teilweise wieder nicht Und dann war es irgendwie verbuggt Dass man die gar nicht mehr tarnen konnte Mal gucken, wie das jetzt so ist Wahrscheinlich kannst du sie jetzt irgendwie gar nicht Du kannst sie jetzt tarnen Dann kracht das ganze Spiel ein Oder so Wer wollte's? Ciao Ihr habt mal Geht mal lieber weg Da kommt gleich was Oranges runter Atomrakete bitte jetzt Ach da Ja Ja gut Kann ich euch tarnen so mal? Ah Man kann sie eigentlich mal tarnen Das geht ja tatsächlich mir jetzt mal Na gut Flammgeneral ist jetzt nicht so wirklich gut Der beste Gegner den man haben kann als Lol und die haben wieder Die haben 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 Maschinengewehr gegen Soldaten Und das normale Panzer geschützt gegen Ganz gewöhnliche Raue Fahrzeuge Nur pack deinen scheiß Heuchposten da weg Artillerie ist verboten Ja die sind Ja die sind Die sind Ja Die kannst du sogar aufrüsten Mit Trümmer Okay schwimmen können sie nicht Ja warte mal Die haben erst ab zwei Sterne Oder wenn ich sie aufrüste Ding ins Kirchen Das ist typisch GLA mit ihrer komischen Plastik-Styropor-Verteidigung Hast hier so fette Türme Weißt du die sind einfach mal doppelt so groß Wie die Dinger von Den Perchiots von WA und so weiter Aber Halten nix aus So kennt man's nicht anders Aber weißt du was Ding da Ich will gucken Ich will Raketen fliegen sehen Und Menschen Hier ist auch schon wieder irgendein Krater Ich will gar nicht wissen was da stand Wie stark ist denn der Skatsturm Immer in der Kaserne geschafft Ne Die ist sowieso alles getarnt Ne Die hab ich getarnt Den hab ich getarnt Und die sind sowieso getarnt Blick Den kann man glaube ich gar nicht mehr Befördern lassen Ich glaube alle GLA Super Einheiten kann man nicht mehr befördern Einfach aus dem Grund Weil es ja die Kisten gibt Für GLA Weil das zu uns so P wäre Ja gut dann gehst du mal vor Ali Baba macht mal Macht mal hier alles Regelt Mach Mut Mach Mut Macht alles kaputt Zu dem Thema Er kriegt keinen Stern Nicht zu der Grütze zu nahe kommen Grütze ist nicht gut Grütze ist nix gut Du bist nicht auf der Tracks Alter jetzt will ich gucken Das ist diese E.P. Neutronenbomben scheiße Ne Ja Das sieht doch schon besser aus Plopp Plopp Ich drücke mal W Anstelle von E Das ist Gar nicht nervig Ja also entweder Ich glaube durch Trümmer Kriegen die halt die AMG Wieder dazu Mal das da Warte mal Nein ich glaube Es ist keine gute Idee Den Netz einzunehmen Sondern hier noch so viel Scheiße rum steht Kann ich ganz kurz Ja gut Ich sollte mich um diese scheiß Hellblaue Nuklearrakete kümmern Die kommen nämlich gleich wieder runter Ich müsste aufpassen sollen Das ist ja trümmert mir da Oh meine ganze schöne Basis Meine ganze Abwehr wieder weg Egal der will mir noch ein Dings schenken Kraftwerk Ja die Bots die immer so drauf fixiert sind Mal in Scut Lounge anzugreifen Mal kennen es Gut dann geht hier halt weiter nach vorne Hab ich kein Problem mit Klischklimper Keine Ahnung auch wieder hier oben Wieso habe ich eigentlich Nur drei Radarwagen Hallo ich habe Energie Stimmt ich habe mich gerade gewohnt Achso ich wollte gerade sagen Meine Factory ist weg Nö die lebt noch Alles Jupp Okay warte mal Dann machen wir den jetzt auf da Die machen wir auf zwei Dann machen wir die machen wir auf drei Ihr sagt alle tschüss Ihr habt nichts gesehen Oh können wir ein bisschen mit Arterie machen Spam Alter Ab geht's Da lohnt sich doch mal ein paar Raketen rein zu ballern So nun machen wir hier ernst Ich liebe diese Erde die immer so hoch knuspert Das liebe ich in dem Spiel In der Mod Im Originalstunde gab es das ja gar nicht Diesen schönen Soundeffekt So Kaserne hat heute geschlossen Haben die ein neues Design bekommen Diese Gatling geschützt Oder sahen die schon immer so aus Er kann mir gerade nicht mehr hin Schnauze links Irgendjemand kommt ja auch eine falsche Tasse oder so Habe ich gerade Tasse gesagt Jetzt spammt der aber auch richtig hart rum Mit seinem beschissenen Ähm Vor euch Posten ne Na was höre denn meine Ohren Eine super epische geile Mucke läuft gerade Alter irgendwann komme ich auf eine falsche Tasse auf das IG Tassen Und dann bricht irgendwie OBS auf Oder das Spiel wird abgebrochen Oder keine Ahnung Leute ich habe gerade was ganz anderes gehört Ich dachte ich habe gerade irgendeine Frau singen hören Oh der hat seine super Einheit Alter der spammt aber auch mit seinen Heuchposten rum Alter Verwalter Der Heuchposten Äh äh der Suani Genau der immer noch unbewaffnet ist Ey hier komm Feuer nach eigenem Ermessen Epische Musik startet Genau Jetzt Ah wir haben ja Energie stimmt Wir können aber viel schneller bauen Flame Gain Drunk 3 Äh 5 Nein ich meine Diese Flame wird es jetzt nicht mehr Die hat man schon im letzten Jahr 1000 mal gehört Wo ganz viele Leute sich an die Stirn geknallt haben Mein Gott alter Was labert der Junge denn da Jetzt verreck ich selber durch meine eigene Grütze Ja moin Das war der erste Was haben wir noch so Keine Ahnung Wer ist der Rote eigentlich gewesen Panzer Mir hast du keine Superwaffe Was soll das Au Hab eine heiße Frau gesehen Oder Der Flammgeneral behauptet mich mit seiner Artillerie Eins von beiden Weil mir wird gerade so heiß Gibt Tassel eigentlich noch Ich sehe den gerade gar nicht mehr Habe ich den irgendwo verloren irgendwann mal Ne der ist auch noch Oh Gott was hat der für riesen Bewachungsradius Ich brenne ein bisschen vor mir hin hier ne Das ist nicht mein Panzer der da gerade selbst Und macht das finde ich ganz gut Und er spampt da wieder rum mit seiner scheiß Anti Heuchposten Nummer hier Anti Heuchposten Nummer Das Problem ist wenn man so eine gute Qualität hat Bei seinem Headset oder so weiter Dann Kann man sich nicht mehr verreden Ohne dass man sofort Jedes beschissenen Buchstaben hört Jedes beschissenen Buchstaben So zum Beispiel Das war alles nur gewollt Mann Ich habe keinen Anti Hier schon Ja komm Yolo Mama heu Helix kaputt hier Dadadadadadadam Die Wirwern macht auch hier kurz mal sein Sein Debüt Sein Debüt alter Nee Ich bin kein Freund von diesem komischen Skatlauncher ne Die der Prinz Kassat hier hat Prinz Kassat hier hat Muss ich ganz ehrlich sagen Ich bin ich kein gelösster Freund von Weil irgendwie Wir haben so eine kleine Reichweite Wir haben so eine richtig kleine Publige Reichweite Also da fand ich diesen Raketen Buggy Spam Den ich damals Mal Leeroy gemacht habe Viel cooler Erinnere mich bloß nicht an diesen Kampf Mann Wenn man so defensiv spielt Mann Habe ich hasse ihr gesagt letztes Mal Ich meinte mach Mut Da Mach Mut Ich mach Kraft der Kapp gut Mach unseren Feinden Mach unseren Verbündeten Truppen Mut Mach Mut Regeln Kacke Ich wollte Panic Spam machen Was der Orange hat mehr Rohstoffe gesammelt Und ist deswegen auf Platz 1 Dieser komischen Dummen Charakter Statistik Statistik Statistiken Hier bei Stunde 0 Dass du immer auf Platz 1 bist Der die meisten Rohstoffe gesammelt hat Ja und dafür Units created Hier Lappen Ja gut 41 Minuten War ein bisschen viel Oder Ich würde dann mal behaupten Ich mache dann ganz kurz mal aus Und mache kurz eine neue Folge an Damit ich zwei Videos hochladen kann Das ist viel cooler Oder Als jetzt ein Video hier Was Keine Ahnung Über eine Stunde 40 Minuten geht Oder so Deswegen Ich mache mal ganz kurz Die Aufnahme Benden Und dann starte ich gleich Neue Aufnahme Und dann kommt Video Nummer 2 So machen wir es doch am besten Das war Nummer 1 Das erste Video Von Contra 009 Patch 2 Und Bis Zum anderen Video gleich Ja